360Football hier und heute testen wir zwei ganz geile Equipments, die wir uns bestellt haben. Zuerst müssen wir sie überhaupt aufbauen. Das wird lustig. Wir mit unseren zwei linken Händen und Füßen. Nein, zuerst müssen wir es aufbauen und dann testen wir das ganze durch und geben ein kleines Feedback, wie wir die Dinge so finden. Allzu viel möchten wir gar nicht sagen. Wir können schön beobachten, wie schön wir das zusammenbauen. Und dann machen wir noch ein paar Übungen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.